Jo, willkommen zurück zu Battlefront und nach dem ersten Eindruck, den wir gemacht haben, mit der richtig guten Runde, die wir da abgeliefert haben, wollen wir jetzt mal Helden vs. Schürfen ausprobieren. Ja, die Runde war echt nice. Hab ich noch nie gespielt, Helden vs. Schürfen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Sind hier im Java Refugium, mit dem Sack von vorhin, der sich da oben immer steckt hat, da oben drauf, ne? Ja, grauen. Und dann auf einmal, wo die gemerkt haben, oh, die kommen hier hoch. Immer mal unter dem Auto. Ja. Ich hab mir gedacht, wie das jetzt hier funktioniert. Man hat hier auch so Special Abilities und sowas, ne? Äh, ich glaub schon. Wenn die Ladezeit nicht so lang. Ah, ich kann mir eine aussuchen. Nur Prinzessin Leia. Toll. Oh, Prinzessin Leia kannst du spielen. Ich darf niemanden spielen. Du spielst als Leia. Warte auf Helden 5 von 6. Wer bin ich denn? Ich hab noch Luke und Han bei mir in der Gruppe. Wer bin ich? Ach, ich bin einfach nur ein normaler Spieler. Ach du Scheiße. Ich hab spezielle Fähigkeiten. Luke und Han sind bei uns in der Gruppe. Und du bist Leia? Ja. Und ich muss kurz Torzen spielen. Okay, wahrscheinlich weil du so Fähigkeiten hast. Einer weniger. Einer weniger. Einer weniger. Einer weniger. Und 있으ische St выс comprend. Deine weniger. Entscheinen. Schönen. Was du nicht? Ich habe alle hier gerade. Wir sind wirklich doll- Die sind alle tot. Einer weniger. Ich habe alle hier gerade. Ich bin tot. Der hat euch alle gekillt, der eine. Wer ist das denn? Keine Ahnung. Ah, wenn du stirbst. Ah, okay. Ah, okay. Jetzt warte ich auf nächste Runde. Du startest als Rebellensoldat. Okay, ich bin Han Solo. Geil. Ah, okay. Jetzt habe ich es gerafft. Also es geht immer so lange, bis alle Helden tot sind aus der Gruppe. Ja, du kannst echt wenig ausrichten als normaler Kämpfer. Ich bleib mal bei Luke. Ich bin tot. Dann kann ich noch nicht wiederkommen. Doch, kann ich wohl. Krass, dann kann ich noch wieder. Ah, es geht so lange, bis die Helden tot sind. Okay. Wieder ein, auch im Vitalland. Ich habe einen. Geil. Vorne ist Darth Vader. Ich habe noch einen. Boah, ich konnte da nichts gegen ausrichten. Ah, nein. Darth Vader und Imperator sind voll kraft. Okay. Ja, Darth Vader und Imperator sind wirklich stark. Ja, Imperator konnte seine Energie wieder zurück machen. Ja. Ich habe noch einige besiegt, aber... Oh, ich darf wieder als Held spielen. Das ist immer abwechselnd. Ich bin Luke. Das ist wirklich schwierig. Ja, ich bin Han. Das ist richtig schwierig. Das ist echt krass. Weil dann muss man die Abilities auch erstmal lernen, die haben. Ja, genau. Ich spiele als Hans Thaler. Habe ich auch gerade gehabt. Der ist ganz gut. Ich bin Hans Frodo. Der ist wirklich ganz gut. Zeit für ein bisschen Blendwerk. Zeit für ein bisschen Blendwerk. Achtung! Feindlicher Orbitalangriff! Boah! Ich bin tot. Scheint ja eher normal zu sein, zu sterben, wenn der normale Soldat ist hier, ne? Ja. Ich habe da auch Fehler getötet. Boah! Han. Boah! Ich bin tot. Han ist tot. Ich seh's. Ne, der ist nicht tot. Du hast dich einfach nur ergeben. Als Han stirbst du nicht. Oh nein, wer hat mich denn da besiegt. Einem Schuss. Krass. Er ist wirklich schwer, was zu reißen. Ja, krass. Ein Eimer unter Beschuss genommen worden ist, ne? Kannst du nichts mehr machen. Ich, der ist nicht tot. Ich schaff nicht. Krass, ey. Der hat mich voll krass gut gemacht. Feuer! 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 Das ist auch schwer. Das ist wirklich schwer. Nein, kommt da einer von rechts immer zum Kotzen sowas. Ah, jetzt sind... Von irgendeiner Seite kommt da wieder einer. Mit einem Schuss bin ich tot gewesen. Wenn man richtig auf die Fresse kommt. Krass. Ja gut, aber ich bin jetzt auch zum ersten Mal, ne? Ja. Oh, ich dachte mir wieder ein Heldenhaus. Boah, Lea, darf ich nicht nehmen. Ich habe Luke genug. Ich habe Luke genommen. Ich bin Han Solo. Jetzt sind wir beide Helden. Geil. Verlieren wir direkt. Ich glaube auch. Wir müssen uns zurückhalten, glaube ich. Und zusammen auf die Matten drauf gehen. Ja, okay. Wo bist du? Luke? Neben dir, ja. Okay, wo gehen wir hin? Ich gehe hier außen rum. Ja, ich bin bei dir. Äh, nie alleine gehen. Lass uns die Schweinebacken zusammenholen. Komm, wir gehen hier rum. Da ist einer. Granate. Da, Feder. Komm, mach den fertig. Haben wir den? Sauber. Ja. Wir haben zwei Helden von denen schon. Wo ist der letzte? Boba Fett ist noch da. Wo ist denn der? Sehr gut. Du kannst die ablocken, ne? Ja. Wo bist du? Ich bin hier unten. Wer will noch mehr? Der ist hinter uns, glaube ich. Kann das sein? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, der ist hinter uns. Da ist er. Nee, da nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Hier unten ist der. Der hat hier gerade geschossen auf uns, glaube ich. So. Da unten. Ich bin tot. Bin tot. Alle tot mit Orbitalangriff. Wir haben echt noch gewonnen. Obwohl die nur einen einzigen hatten. Weil der Viking sich versteckt hat. Na gut, aber clever. Ich starte als Rebellen, oder? Ja, ich auch. Ja, ist trotzdem lächerlich. Aber dem Vader haben wir aber gut zugesetzt da. War ganz cool. Mhm. Ja, ich auch. Wie viel Dinger kann der schmeißen? Ja. Drohnen haben die auch noch. Lea ist tot. Einer hat einen Granatenwerfer deswegen vergesst, der hat mich, dieser komische Alien-Typ da. Ja. Ah, ich bin tot. Ja. Alter, was geht? 05, war eine Lehrstunde. Nicht einmal gewonnen. Lächerlich, ey, ohne Scheiß. Vielleicht sind sie auch einfach overpowered. Die andere Seite, wer weiß. Spielen wir jetzt einmal die andere Seite? Kann man, weiß ich nicht. Wenn es jetzt wechselt, ich denke. Ich habe es nicht so lange gespielt, um zu sagen, ob irgendwas overpowered ist oder nicht. Vielleicht auch nicht, ich habe nur 4 killed, ey. Aber nur 6. Aber wenn er ein ganz normaler Soldat ist, ist es noch nicht viel zu heißen. Da kannst du ganz normale andere Soldaten abknallen, aber das war's auch. Vor allem, die meiste Zeit habe ich die anderen, also zumindest die Schurken da gar nicht gesehen. Ne, ich auch nicht. Ich habe Boba Fett genommen. Dann bin ich wahrscheinlich ein ganz normaler Rebell jetzt, ne? Ach, nicht Rebell. Hier ist Imperium. Und was kannst du mit Boba Fett? Boba Fett hat aber mega Waffen, ey. Ja? Der kann dauerhaft fliegen. Jaja, der hat so einen Treibstofftank, ne? Ja. Nein! Fünf Prozent, wenn er hier ist, kann nicht wahr sein. Oh, das ist gut funktioniert. Ah, du kannst du uns aus. Und wer solltest du einen Begrunst? Ja. Der kann uns nicht auch mal raus. D Bellen zu dir. Und der K Numel zu die fliegen. Und dann kannst du das so einen Zang enthalten. Und dann kannst du den Tasten. Du kannst du meinst? D'est spielst. Boah, Leia hat mich Hast du den da oben? Gleich Gleich habe ich schon Ich bin tot Boah, krass mit 1, 2 Schüssen Die andere Seite ist aber echt overpowered Die dunkle Seite? Vor allem der Imperator Der Imperator stirbt wirklich nie, ne? Ne Das war's Krass, Alter, bin schon in den Gruppen, wo wir verlieren Ja, ich komme auch gar nicht auf die Abilities von den Leuten klar, ey Ich bin jetzt Imperialer Sturmtruppler Ich bin der Imperator Ich bin dein, ich bin dein, ich bin dein, ich bin dein Truppler Mal auf Keine Ahnung, was der kann Mal auf Bleib bei dir Der kann echt seine Energie, ne der kann nicht seine Energie, der Auflacht, das ist nicht seine Energie Hä? Dahinten Bist du Was ist Klando Caristhian bei dir? Wo ist der? Der ist bei dir. Komm zu dir. Auch wenn ich gleich nichts ausrichten kann. Ich hole dir jetzt einen Orbitale Angriff hin. Ja, sehr gut. Jawoll, ich habe welche getötet. Hast du den? Ja. Der ist ja verschossen. Ich kann nicht zu dir spawnen, Scheiße. Ich kann nicht kümmern. Der ist ja jetzt. Wir werden aufheben, Seine weiter. Ich kann dich an. Mhm. Und über dir irgendwo. Ich weiß nicht. gekommen ich bin von zwei seiten drei seiten und dann auch noch von lea habe ich gesehen kann ich nicht viel ausrichten scheiße ey ja ist schwer ich bin da krass ey die Anführer des Imperiums müssen geschützt werden ich versuche hinter dem zu gehen naja ich bin hinter dem ich habe mich amal im plauder gekriegt da sind welche wenn da ein Held ist auch Bescheid versuch das einzusetzen da wo der Grieco ich sehe den nicht auch nicht da ist er ne da nicht ich bin so geschossen von oben in den Bäumen ach da oben da oben in den Luke hat mich getötet. Den hier ist echt krass, ey. Ich hab den nicht einmal getroffen. In den Bäumen. Ich würd gern mal wissen, wo der... ...wo die sind. Jawoll. Du kannst als Ehrengarde gehen, ne? Zwischen durch. Ich glaub, ich hab den Dings ausgeschaltet. Jawoll. Endlich mal. Du kannst auch später als Ehrengarde gehen, ne? Wusstest du das? Ja, hab ich gesehen, ja. Immer wieder kommt die Option. Aber diesmal ist er schnell weg gewesen. Konnte ich bisher noch nicht spielen. Ist krass. Der hat so ein Thermal auf dem R1 Button. Krass. Ich spiel dir als Sturmtruppler. Ich bin der Bobber. Dann bleib ich mal in deiner Nähe irgendwo. Wenn ich schaffe, dir zu folgen. Wenn ich schaffe, dir zu folgen. Was immer nötig ist. Geil, ich bin als Ehrengarde da. Du bist so gut wie erledigt. Und ich bin tot. Ja, jetzt nochmal. Und wieder als Ehrengarde da. Hallo, komm. Ich bin tot. Du bist so gut wie erledigt. wir sind nichts besonderes Eure Hoheit. Er für dich. Dein Deck, der kein Orbital angestellt ist. Verbundet. Drei Schwicht. Alter, wir haben es gar nicht gesehen. Hat mich Lea getötet, ey. Drei. 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 Boah, ich hab das geholfen. Du kriegst ja keinen Tod, ne? Es wird Zeit, dass ich dir den Rest gebe. Du kannst ja als Soldat ja gar nichts anrichten. Ja, das hattet ihr von denen. Friss das! Jawoll! Jawoll! Boba Fett ist ja mega overpowered. Krass. Klar, klar. Der kann fliegen, der hat so eine Rakete als garantiert einen Kill. Und der ballert die ganze Zeit. Das ist echt unglaublich. Ich bin Boba Fett. Ja, ich war gerade Boba Fett, richtig cool. Du überlebst doch scheitelange mit dem, ne? Ja, ich hab komplett durch überlebt, ja. Verteidigt eure vorgesetzten Sturmtruppen! Wie bist du denn, Boba Fett? Gut. Ich stell immer wieder direkt diese scheiß Geschütztürme auf, ne? Ja, besser etwas. Ich mein, die stellen die auf, nicht wir. Ach so. Ich bin tot, alter. Luke hat mich getötet. Der hat mich nicht gehen lassen. Der hat mich zurückgezogen. Hm. Der Luke hat mich schon wieder getötet. Boah, geht das noch um Piss. Kannst ja nichts machen, ey. Sind voll schlecht hier drin, ohne Scheiß. Ja, es sind Helden. Kannst du nicht wirklich was machen? Ja. Ja, war ich doch auch. Trotzdem verrecklich, die ganze Zeit, diesen Spacko, ey. Geht doch voll am Sack. Ich würd gern hier einen mit nem Thermalienplauder mitnehmen, so nen Helden. Ich wüsste, wo der ist. Ich hab ihn nur getötet, ey. Ich hab 15 Mal gestorben, ey. Ich hab nur 4 Kills. Wo ist der Luke? Oben auf dem Schiff ist eins. Ich glaub dem Imperator in der Herwald. Ich hab schon ein Interesse daran, dass er überlebt. Wo ist der Luke, Alter? Ich mein oben auf dem Schiff. Boah, der Greco hat mich schon wieder gekriegt, ey. Kann nicht wahr sein. Boah, nein. Wir haben nur noch eins gegen eins. Ja, ich weiß. Deswegen versuch ich die ganze Zeit den Luke zu retten. Ich hab einen Thermalienplauder. Aber du hast ihn jetzt immer noch. Ja, ich weiß. Aber ich würd den trotzdem gern finden. Vor uns ist irgendwo einer. Ja. Ich geh zum Imperator. Ja. Ich bin hinter dir. Ist er auf dem Schiff, oder was? Ja, super. Ich warte. Ist er auf dem Schiff? Ja. Wie soll man da hinkommen? Komm ich denn da hoch? Shit. Da geht voll die Fahrt hier ab. Ich hab ewig schnell hier, äh... Ich bin oben. Hier ist niemand. Doch! Ich bin tot. Ich bin tot. Nein! Unentschieden. Unentschieden. Ich hab ihn so gern gesehen. Der versteckt sich auch noch die ganze Zeit. Zum kurzen. Fuck. Bitte lass mich kein Held sein. Warum? Warte auf nächste Runde. Scheiße. Ach, ich bin sturmtobler. Ich bin boba fett. Ja, weil ich irgendwie nicht damit klarkomme. Ich verreck irgendwie. Ja, man lernt das mit der Zeit. Keine Ahnung. Ich hab auch noch nicht alle gespielt. Ich hab auch noch nicht alle gespielt. Schuhe ist auf der anderen Seite. Schuhe ist auf der anderen Seite. Schuhe ist auf der anderen Seite. Ja, ich seh's. Hey. Da hat einer den Death Star DLC. Ja. Und wer ist der andere da? Äh... Dieser komische Fischtyp aus dem Episode 1, glaube ich. Wie heißt der Typ denn? Weiß ich nicht. Weiß auch nicht. Den Namen kenn ich leider nicht. Der ist auf den neueren Teilen irgendwo. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Dann kommt einer durch die Wand! Oh yeah! Das T-Dingen, weißt du? Mhm. Ja, Entschuldigung. Profitalangriff. Willst du ärger? ...dass soll ich dir heimitschießen. ...dass soll ich dir heimitschießen. Hier, ich habe dich im Visier. Nein, Chewie hat mich. Ich habe ihm die Hälfte abgenommen, der ist voll stark. Voll oft auf den geschossen. Boba Fett macht nicht viel Angriff. Nicht einmal getroffen. Voll schlecht. Der Chewie hat nur 50% Energie oder so. Ich habe ihm voll viel abgenommen, deswegen den gekämpft. Der dürfte nicht mehr viel haben. Oh Gott. Wie immer erschossen worden. Ich bin tot, ey. Da ist echt nicht viel zu machen, ne? Ja, ich habe aber lange überlebt mit dem, ähm, Sturmtruppe-Typen. Äh, nicht Sturmtruppe. Ich war, ähm, eine Waffe. Ah, okay. Oh. Thermalimplauder. Krass. Ich habe einen mitgenommen. Nein. Nein. Der hatte so wenig Energie, noch vier Sekunden vor Schluss. Jetzt bin ich bestimmt wieder ein Hälte. Scheiße, ne? Ja, ich jetzt auch, glaube ich. Ne, gar nicht. Obwohl? Und wenn ich einmal irgendeine Runde dann gleichzeitig helden? Ich glaube schon. Ich bin Boba. Ah, ne, ich bin kein Hälte, glaube ich. Ah doch, ich bin Ehrengarde. Was kann der denn? Der hat so mega krasse Waffen. Rechts kannst du dann einmal so zielen. Okay. Benutzt das, um die sogenannten Rebellen zu zerschmettern. Die sogenannten Rebellen. Ich habe Luke gesehen, der ist auf dem Schiff. Ja? Ja. Das Problem ist ab. Da ist Luke. Der ist beim Imperator. Ich glaube, wir haben den. Ja? Nein, wir haben den nicht. Als nächstes gibt es was auf den Stil, yo. Nein, Orbitalangriff schon wieder. Ich bin gerade noch rausgekommen. Irgendwas, er fasst mich da die ganze Zeit. Ich bin tot. Ein Druide hat mich gekillt. Jawoll. Jawoll. Das war aber mal eine gute Runde. Der Imperator will zufrieden sein. 3-3. Boah, das wird so knapp, ey. Nein. Aber nach dem Game hör ich glaube ich wieder auf, ey. Ja, ja, ich auch. Und? Bist du wieder Hell? Ja. Ich bin Sturmtruppler. Ich bin der Imperator. Ja, wer kann denn da nicht aussuchen? Ja, immer bei uns. Da darf Vader. Die ganze Zeit schon. Brauchen wir ein bisschen. Boah, ich war 6-19, ey. Boah, bin ich schlecht, ey. Da habe ich dann 17-12. Ja, warum sterbe ich denn immer so schnell? Weil ein Held wahrscheinlich auf sich schießt. Und stärker. Mit der Rakete hat er auf mich geballert, ey. Hi. Hallo. Ich bin bei Skademann in deiner Nähe. Hier geht was, ne? Hier oben. Da. Ich habe einen Helden. Ja, ich bin tot. Hinter dir kommt noch einer. Ein normaler Soldat. Ja, ab denn. Oh, der sieht echt scheiße aus. Ja, ich weiß. Der hier gab überall Drohnen. Ja, ich habe ein Aufladepaket gekriegt. Geht bei dir was? Ja, ich habe einen Soldaten getötet. Geil. Ich bin hier mit Groberfett und so unterwegs. Ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Oh, ein Feind erfasst mich. Ich weiß, die ganze Zeit schon, ey. Boah, Alter, ein Schuss. Komm zu dir. Boah, meine Energie? Ich bin tot. Die haben mich. Leia hat mich. Shit. Aber ich habe einen Helden besiegt. Und ein paar andere Gegner noch. Boah, jetzt seid ihr voll am Arsch der Welt. Das dauert ewig, kann ich mich ablen. 18 Sekunden. Nein. 1 zu 1. Macht die Platz. Boah, ich habe mir Infanterie geschützt auch noch. Nein, 6 Sekunden. Leia hat mich. Ich habe nur einen gekriegt, aber... Unentschieden. Kriegen wir jetzt beide Punkte oder bleibt es dabei? Bleibt dabei. Ach, das ist doch scheiße. Das ist ein unendliches Spiel. Nein, ich bin schon wieder ein Held, ey. Du freust dich gar nicht. Oh, wer ist denn jetzt dabei? Ich bin der Wähler. Ich bin der Wähler. Oh, keine Leia diesmal. Ich komme noch nicht richtig klar mit den Helden. Ich auch noch nicht. Zu wenig gespielt. Das ist das erste Mal, wie gesagt, das ist mit denen. Die ersten Runden, die wir hier gerade so machen. Ja, klar, der erfasst mich jetzt schon dahin. Übertreibt. Voll übertrieben. Luke ist, glaube ich, mega beweglich, ne? Das ist so der Vorteil von dem... Ja. Oder ist der? Imparator, weil er mich im Ballert gerade. Hier ist Luke. Er ist abgehauen. Habt ihr den gesehen? Nee. Wir bleiben am besten zusammen, ne? Obwohl das eigentlich auch kacke ist, aber... Hier ist Luke. Da ist Chewie. Luke ist tot. Da ist Chewie in der Mitte. Und Chewie. Da. Ah, da. Wir haben den gleich. Komm schon. Jawohl. Hab den. Hab den. Jawohl. Geil. Richtig gut. Jawohl. Das war ein... Hab den mit der Macht weggeschubst. Und dann habe ich hier mit dem Schwert. Ich bin der Boba Fett. Ja, geil, Alter. Geil, ich bin Sturm. Boba Fett macht zu wenig Energie, äh, macht zu wenig Schaden gegen die Gegner. Schaden, ja. Der ist gut gegen normale Gegner. Boah, wer braucht denn da wieder? Du kannst jemanden nicht umspielen. Das habe ich vorhin versucht gegen den Chewie. Ich bin um den rumgeflogen, hab den von oben gefallert, sodass er mich nicht treffen konnte. Aber er braucht viel weniger Schüsse als ich brauche. Du bist Boba? Ich bleib bei Darth Vader. Alles klar. Ich bleib bei den anderen beiden. Dumm, immer alleine hier rumzulaufen. Ja, ja, ist so. Ich muss denen gegen die Helden helfen. Ja. Lando hat mich getötet. Okay. Schnell wieder zu den anderen. Deine Uhr ist abgelaufen. Von wo wurdest du beschossen? Weiß ich nicht. Hier oben ist Luke. Ich kann da leider nicht hochkommen. Ja, habts gesehen. Ist nicht stimmt. Ich weiß nicht, wie ich hier hochkommen soll. Der ist auch nicht mehr hier oben. Ich bin weggeflogen, der kam nicht hinterher. Jetzt, wo ich hier bin. Ja, ist egal. Ich kann hier nicht weiter. Hinter uns, komm. Ah, jetzt. Oh nein, der Imperator ist tot. Shit. Ich muss mal zum Raider. Ja, ich komme. Ich bin tot. Oben. Oben ist leer. Oben auf den Dingern da. Ja, habts gesehen. Wo ist die hin? Hier unten. Beim Raider? Weiß ich nicht. Hier unten kann einer weggelaufen. Da ist Luke. Einfache Ziele. Für euch. Lebend nützt du mir nichts. Scheiße. Wo ist der Raider hin? Da. Ich versuche zu euch zu kommen. Ich höre Chewie. Ja. Aber kann ja gar nicht. Ja, aber ist ja gar nicht. Nein. Nein. Wer hat noch mehr Helden gehabt? Das spielt, glaube ich, keine Rolle. Seid unentschieden. Ich glaube, auch wer hat ein gleicher Helden. Kann nicht wahr sein. Oh, ich bin auch wieder. Ich habe wieder Darth Vader genommen. Ich glaube, ich habe einen hier Sturmtrupp. Boah, krass, ey. Das ist... Der Luke ist echt nie zu sehen. Unglaublich. Aber diesmal... Der freut schnell. Weil der hat ja eine Fähigkeit, womit er voll schnell laufen kann. Ja, der fliegt auch dann. Und kann hochspringen oder sowas. Aber diesmal haben die keinen Luke. Aber die haben Hans Solo. Der ist gefährlich. Ich bleib bei dem Imperator. Ja, ich bleib auch bei euch. Hier links irgendwo, ne? Direkt. Vorsicht, dass ihr keine... Ich glaube, ich cover'n, wenn alle zusammen rumbleiben. Ja, vorsicht, dass ihr keine Dingsbomben geschmeißt. Geh mit dem anderen, ja. Hier ist einer. Ja. Ich habe einen Orbitalangriff. Geil. Ich weiß noch nicht, wohin damit. Hier rechts. Ja. Ja. Oh, das hat mich fast das ganze Leben gekostet. Jetzt kommt ein Orbitalangriff bei denen. Komm schon. Krieg ich die? Ich muss eben mich ein bisschen verstecken. Dass die Energie wieder voll ist. Jetzt weiß ich, was das für Dinger sind, die hier immer rumliegen. Die Energie. Ja, irgendein Geschützer macht mich jetzt recht. Hier sind irgendwo so rote Dinger, die hier rumliegen. Die brauche ich, um Energie wieder voll zu fliegen. Ja, genau. Ich werde beschossen. Ich verreck jetzt. Oh nein. Einen von denen haben wir fast. Der hat ganz wenig Energie noch. Ich habe noch weg. Der ist tot. Der ist tot. Jawoll. Oh ja. Kurz bevor du... Rang 21 auch noch. Geil. Schön. Oh, war schlecht. 12 zu 27. Egal. Das war... Das komplette Ding zu gewinnen ist. Ja, eben. Genau. Boah, krass. Heftig, Alter. Geh bei dem. Keine Ahnung. Der spielt das wahrscheinlich doch. Ja, der Oberkinder. Ich bin Level 21. Das ist ziemlich cool. Jetzt kann ich irgendwas Neues kaufen, glaube ich. Ich bin Level 14,5. Okay, ich würde sagen, bis hierhin. Machen wir mal einen Cut und probieren dann beim nächsten Video mal einen neuen Spielmodi aus, oder? Alles klar. Alles klar. Okay, bis dann. Dann man sieht sich. Ich bin Level 14,5.